Mein Name ist Lukas Egle und ich mache hier im Hause PERI meine Ausbildung zum Industriemechaniker. Durch verschiedene Praktika im Bereich Metall habe ich mich entschlossen, dass das der richtige Beruf für mich ist. Ich habe mich dann hier bei PERI beworben und wurde letztendlich auch genommen. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Wenn wir nicht da wären und die Maschinen nicht warten oder reparieren würden, dann würde ja gar nichts mehr laufen. Und insofern spielt man schon eine große und wichtige Rolle. Also wir im ersten Lehrjahr, wir haben jetzt mit der Grundausbildung angefangen, sprich es fing an mit Blechbiegen. Und mittlerweile sind wir jetzt an den Maschinen, sprich wir drehen und fräsen mittlerweile. Beim Fräsen gibt es das CNC-Fräsen an der CNC-Maschine. Wenn man da ein komplizierteres Bauteil hat, wird da ein Programm geschrieben. Das machen auch wir. Und dann fräst die Maschine eben das Bauteil nach dem Programm. Und da stellt sich dann auch raus, ob man alles richtig programmiert hat oder nicht. Beim Drehen werden überwiegend Stangenmaterialien bearbeitet, sei es ein Vierkant oder ein Rundmaterial, sprich eine Welle. Und jetzt auch für unseren Gabelstapler, den wir gebaut haben, mussten verschiedene Drehteile hergestellt werden. Zum Beispiel die Räder und die Achsen. Die Kollegen sind sehr nett, wenn man hier mal eine Frage hat, dann helfen die einem sofort und sind auch sehr offen. Ich meine, das kommt ja im ersten Lehrjahr öfter mal vor. Man versteht ja nicht alles gleich auf Anhieb. Und es ist einfach toll zu wissen, dass man Hilfe bekommt, wenn man sie braucht.